Wir haben jetzt Supervised Learning und Unsupervised Learning kennengelernt. Tatsächlich gibt es aber noch einen hybriden Ansatz, der beide Welpen miteinander verheiratet. Das Ganze nennt sich Semi-Supervised Learning. Was ist jetzt die Idee dahinter? Stell dir mal vor, du hast eine riesige Datenmenge, aber innerhalb dieser Datenmenge sind nur ein paar Daten gelabelt. Wir haben ja eben kennengelernt, das Labeln von Daten ist teuer, braucht Zeit und braucht Nerven und Konzentration. Und wir haben jetzt einfach eine kleine Menge vorgelabelt, aber den Rest haben wir nicht gelabelt, dafür hatten wir einfach noch keine Zeit. Können wir damit schon was starten? Und die Antwort ist ja, mit Semi-Supervised Learning. Ich habe zwei Wege, wie wir jetzt vorgehen könnten. Ich will dir mal beide zeigen. Der erste geht folgendermaßen. Du hast ja im Unsupervised kennengelernt, dass es dort die Möglichkeit zu Clustern gibt. Und das machen wir jetzt. Wir nehmen jetzt unsere gesamte Datenmenge und clustern die. Und wenn wir Glück haben, dann ergeben sich mehrere Punktwolken, mehrere Cluster, die wir haben. Im besten Falle ist es jetzt so, dass wir innerhalb der Cluster wenige Elemente haben mit dem gleichen Label. Was wir dann natürlich Schlussfolgern können, wenn wir geclustert haben und wir haben darin gelabelte Daten, dann können wir Rückschlüsse ziehen auf jedes der Cluster. Wir können also die Labels, die in den Clustern vorkommen, können wir inferieren auf das gesamte Cluster. Und mit einem Schlag haben wir die gesamte Datenmenge gelabelt. Praktisch, oder? Es gibt auch noch die andere Richtung. Das nennt man Self-Learn. Es geht folgendermaßen. Man nimmt einfach die kleine Datenmenge, die man hat, die gelabelten Daten. Denkt dran, der Rest ist noch ungelabelt. Was wir dann machen, wir starten jetzt nicht mit Unsupervised Learning, sondern mit Supervised Learning. Wir trainieren also einen Algorithmus, ein Modell anhand der wenigen gelabelten Daten, die wir haben. Die geben wir jetzt in das Modell rein und dann haben wir ein kleines trainiertes Modell. Das nutzen wir jetzt, um entsprechend alle ungelabelten Daten zu labeln. Das ist auch absolut möglich. Und wenn das passiert ist, in beiden Wegen, wenn das passiert ist, haben wir eine riesige Datenmenge mit gelabelten Daten. Und jetzt ist der Weg frei. Jetzt können wir die gesamte Datenmenge nutzen, um uns ein Supermodell zu trainieren, was viel besser performt, natürlich auch im besten Falle. Und die Idee, die gibt es sehr oft, zum Beispiel Meta hat das auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Da ging es um das Thema Speech Recognition. Das heißt, die Aufnahme von Audiodateien und die Transkriptionen-Worte bzw. die Analyse dieser Audiodateien. Und das ist natürlich ein Problem, das fällt nicht direkt vom Himmel. Es gibt keine Modelle, die das direkt konnten und deswegen mussten sie ihr eigenes Modell trainieren. Jetzt ist es aber so, sie hatten eine riesige Datenmenge von Audiodateien, aber da hatten sie wirklich nur ganz wenige davon annotiert, ganz wenige davon gelabelt, wenn man so möchte. Das ist natürlich ein Problem, aber die Jungs und Mädels bei Meta haben sich gedacht, komm, wir probieren mal Semi-Supervised Learning. Was die also gemacht haben, ist dieser Self-Learning-Ansatz, den ich gerade erwähnt hatte. Die nehmen also die gelabelten Daten, trainieren sich ein kleines Modell, das nutzen sie jetzt, um den Rest der ganzen Audioaufnahmen zu transkribieren und zu analysieren. Danach hatten sie eine riesige Datenmenge, die fertig annotiert war. Die haben sie jetzt genommen und haben sie nochmal in das Modell reingepackt, um das Modell noch besser zu trainieren. Und dadurch hatten sie einen super Performance Boost bei ihrer Speed Tracking Mission. Also zusammengefasst, Semi-Supervised Learning ist ein hybrider Ansatz zwischen Supervised Learning und Unsupervised Learning. Das ist genau dann anwendbar, wenn du einen riesigen Datensatz hast, der aber nur einen kleinen Bestandteil an gelabelten Daten hat. Und durch verschiedene Verfahren können wir durch die Label Rückschlüsse auf den Rest ziehen. Und da habe ich jetzt noch eine kleine Aufgabe an dich. Denk dir mal ein Beispiel aus deinem Alltag aus, wo du Semi-Supervised Learning schon mal gesehen hast. Ich gebe dir mal ein Beispiel vor, auch wenn ich zugeben muss, dass es sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Aber stell dir mal folgendes vor, ich habe eine ganz große Schüssel von Eiern und ich weiß jetzt, Mist, ein paar der Eier sind abgelaufen, ein paar der Eier sind frisch. Aber ich weiß nicht mehr welche. Ich könnte jetzt hingehen, könnte alle aufschlagen und dran riechen oder probieren. Da würde ich aber wahrscheinlich nach einem fünften Ei umfallen. Was ich aber stattdessen machen kann, ist Semi-Supervised Learning. Folgendermaßen könnte ich das jetzt machen. Ich könnte hingehen und könnte die Eier in einen Topf Wasser geben. Und ich weiß noch, vage hat mir meine Mutter mal erzählt, die Eier, die schlecht sind, die schwimmen oben wegen den Gasen da drin und die Eier, die noch gut sind, schwimmen unten. Falls nicht stimmt, sorry, aber ich glaube, so war es. Und dann habe ich die Eier dadurch ja schon getrennt. Man könnte also sagen, ich habe die Eier geklastert in zwei Cluster, Boden und Oberfläche. Was ich jetzt machen muss, ich muss nur noch ein Ei rausnehmen und muss das aufmachen und essen oder riechen. Und dann weiß ich genau, was Phase ist. Weil wenn das Ei schlecht ist, weiß ich alles klar, oben die Eier sind alle schlecht. Ich kann Rückschlüsse draufziehen, genauso kann ich das unten drunter. Und das ist genau die Idee. Ich habe mit Unsupervised Learning die Daten zuerst geclustert und ein einzelnes Ei, einen Datenpunkt gelabelt, indem ich es geöffnet habe. Und dadurch konnte ich Rückschlüsse auf den Rest ziehen. Und das ist ein Anwendungsbeispiel bzw. ein Alltagsbeispiel vom Semi-Supervised Learning. Aber denk dir auch mal eins aus und schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich schon drauf.